Hallo liebe Studentinnen, hallo lieber Student, wir üben weiter das Präteritum. Nun das Präteritum beim Sprechen, wenn wir die Geschichte erzählen. Also wenn wir etwas im Zusammenhang erzählen, wir haben hier nummeriert, die Sätze im Perfekt, das ist in Ordnung, wenn man die sagt, und wir, oder Olga wird dann daraus das Präteritum bilden und ich fasse dann im Zusammenhang alles zusammen. Olga, bitte schön. Hallo. Hallo Olga. Nummer 1. Ich habe die Stellenanzeigen in der Zeitung gelesen. Ich lasse die Stellenanzeigen in der Zeitung. Ich habe eine interessante Stelle gefunden. Ich fand eine interessante Stelle. Gut. Nummer 3. Ich habe die Anzeige ausgeschnitten. Ich schnitte die Anzeige aus. Ich schnitte die Anzeige aus. Nummer 4. Ich habe meine Dokumente geordnet. Die Bewerbungsunterlagen, ja. Ich habe meine Dokumente geordnet. Ich ordnete meine Dokumente. Nummer 5. Ich habe mich um diese Stelle beworben. Ich bewahrte mich auf dieser Stelle. Um diese Stelle. Ich bewahrte mich um diese Stelle. Und Nummer 6. Ich habe die Bewerbungsunterlagen an die Firma gesandt. Ich sandte die Bewerbungsunterlagen an die Firma. An die Firma. So, wenn ich das jetzt im Zusammenhang erzähle einem Freund, ja. Ich suchte Arbeit. Ja. Ich suchte Arbeit. Ich las alle Stellenanzeigen in den Zeitungen. Ich fand eine interessante Stelle für mich. Ich schnitte die Anzeige aus. Ich ordnete meine Dokumente. Ich bewahrte mich bei der Firma um diese Stelle. Und ich sandte die Bewerbungsunterlagen an die Firma. So erzählen wir dann. Ja. Dann ist die Geschichte kurz. Ja. Und nicht langweilig. So. Danke, Olga. Bitte.